Immer wieder hört man in letzter Zeit, der Aktienmarkt befindet sich in einer Blase und erst recht, wenn du Gold oder Bitcoin anschaust, schütteln manche den Kopf in Angesicht dieser exorbitanten Preissteigerung. Aber kann man denn Blasen wirklich erkennen und sind wir in einer Blase? Wir wollen das auf diesem Video klären. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Birger Schäfermeier, seit 34 Jahren Profitrader und Investor und Diplom-Volkswirt. Und in diesem Kanal, hier geht es um Wirtschaft, Börse, Trading und Investieren. Ja, sind wir in einer Blase, das würde ja bedeuten, dass man eine klare Methode hat festzustellen, ob der Aktienmarkt billig oder teuer ist. Und das würde bedeuten, es gibt ein fundamentales Verfahren, mit dem man das herausfinden kann. Wenn wir allerdings mal schauen, dann gibt es natürlich verschiedene Bewertungsmethoden und wir stellen schnell fest, Nein, ein einheitliches Verfahren, das sagt, die Börse ist so teuer oder so günstig, das finden wir nicht. Wir können das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschauen, das heißt, wie viele Jahre braucht ein Unternehmen bei den aktuellen Gewinnen, diese wieder hereinzuspielen, wenn es keine Dividenden auszahlt, also einfach als Unternehmensgewinn bleibt. Wir können natürlich schauen, wie sieht die Marktkapitalisierung im Verhältnis zu der gesamten Wirtschaft von allen Aktien aus. Das ist der sogenannte Warren Buffett-Indikator. Ja, und so ein Indikator, der sagt zum Beispiel, ja, wir sind teuer, aber wir sind nicht so teuer wie damals bei der Dotcom-Blase, auch wenn wir schon relativ hoch bewertet sind. Aber was heißt hoch bewertet? Heißt das, dass es nicht noch höher gehen kann? Und wenn du dir mal die Blasen anschaust, dann siehst du eigentlich, dass das letzte Drittel einer Blase immer das Interessanteste ist, weil dort die Kurse so richtig explodieren. Und ja, Preise sind in Bewegung an den Börsen, das ist so wie ein Meer, was Wellen natürlich schlägt. Natürlich geht es mal hoch und mal geht es mal runter und das ist ganz unabhängig davon, ob wir Blasen haben oder nicht. Und natürlich, wenn du bestimmte Bewertungsmaßstäbe ranziehst, dann können die auch mal schwindelerregend erscheinen. Also wenn du sagst, oh, ich schaue auf die Kurs-Gewinn-Verhältnisse von einigen Unternehmen, ja, dann wirst du sagen, war es eine Nvidia, die ist das 70-, vielleicht 80-fache der Jahresgewinne wird für dieses Unternehmen bezahlt. Aber du hast ja auch eine Wachstumsaktie. Und während anderer Blasen, also zum Beispiel in der Finanzblase 1989 im Nikkei, wurden für japanische Banken teilweise Kurs-Gewinn-Verhältnisse bei der Industrial Bank of Japan zum Beispiel von 154 in der Spitze bezahlt. Also da wäre dann immer noch Luft nach oben. Und wenn du zum Beispiel die Big Tax im Moment anschaust, also die sogenannten Magnificent 70, die glorreichen sieben Aktien, dann kommst du zwar auf eine sehr hohe Marktkonzentration, also 30% der Marktkapitalisierung wird durch diese sieben Werte abgebildet. Das KGV im Durchschnitt beträgt 25, ist nicht das günstigste, aber für Tech-Werte, und es sind ausschließlich Tech-Werte, die hier vertreten sind, ist es verglichen zum Beispiel mit der Dotcom-Bubble, die wir im Jahr 2000 hatten, wo das durchschnittliche KGV bei 52 lag, also doppelt so hoch, eigentlich eine entspannte Bewertung. Ja, da musst du immer gucken, du kannst natürlich vergleichen, aber du kannst letztendlich auch nie historische Situationen miteinander vergleichen. Ja, wir haben natürlich bei der Dotcom-Bubble eine andere Geschichte gehabt als heutzutage. Und natürlich ist es immer so, wenn irgendjemand sagt, diesmal ist es anders, ist es eigentlich das beste Zeichen, dass wir in einer Blase sind, aber diesmal ist es anders, heißt ja nicht, dass wir andere Bewertungsmethoden haben oder sonst was, sondern einfach, dass die Bewertungen aufgrund von anderen Komponenten zustande gekommen sind. Und da spielen natürlich Wachstumsfantasien eine Rolle. Klar ist auch, die Börse ist im Wandel. Also die Werte, die 1989 im Nikkei on top waren oder die 2000 im S&P on top waren, die sind jetzt nicht mehr die Top-Werte. Die Bankwerte, das sind Schrottwerte mittlerweile im Nikkei. Und aus den sieben Top-Werten 2000 ist nur noch die Microsoft auch jetzt unter den sieben Top-Werten. Das ist das normale Geschehen an der Börse. Und deswegen sollte man sich nicht die Frage stellen, sind wir in einer Blase, sondern du solltest die Frage stellen, wie kann ich das auf und ab an der Börse denn kapitalisieren? Wie kann ich das reiten? Und natürlich musst du eine Welle, die bei einer Momentum-Aktie wie Nvidia sehr groß und sehr kräftig ist, anders reiten als eine Welle wie bei einer Coca-Cola. Logischerweise, kleine Wellen reitest du anders als eine große, aber alle Wellen haben eins gemeinsam. Du musst irgendwann von dieser Welle, wenn sie zusammenbricht, irgendwann auch runter sein. Und das heißt, dir muss im Prinzip nicht nur klar sein an der Börse, wann du einsteigst und dann aussteigst. Und das möchte ich euch vielleicht mal mit folgender Problematik verdeutlichen. Also wir haben gerade vom Bewertungsverfahren gesprochen. Und es gibt Leute, die sagen, die Börse ist zu teuer. Zu teuer zu was? Muss man ja immer irgendwie einen Vergleich haben. Und es gibt diesen bekannten Spruch, Preis ist das, was du bezahlst, Wert ist das, was du bekommst. Würde bedeuten, an der Börse bezahle ich einen Preis, der nicht mit dem Wert übereinstimmt. Das ist ja auch der Ansatz von vielen Investoren, die sagen, ich kaufe Value, ich kaufe Wert. Aber lass uns mal kurz nachdenken. Wenn das wirklich so funktionieren würde, dann möchte ich folgende Frage aufwerfen. Also stellen wir vor, wir hätten eine Bewertungsmethode und wüssten, eine Aktie ist wirklich 40 Dollar innerer Wert. Wir kaufen die jetzt zu 20, also haben wir doch ein Schnäppchen gemacht. Das Problem ist, wir haben die zu 20 gekauft, weil der Preis an der Börse 20 ist. Aus welchem Grund auch immer. Und wenn wir die Aktie verkaufen wollen, dann bleibt der Preis erstmal bei 20. Weil nicht morgen irgendjemand sagt, oh der innere Wert ist ja 40, ich bezahle dir das dafür. Nein, die Preise schwanken. Und wenn es möglich ist, dass es eine Differenz zwischen dem inneren oder dem wahren Wert und dem Preis an der Börse gibt, wenn das jetzt möglich ist, dann ist das auch in der nächsten Minute möglich, dann ist das auch am nächsten Tag möglich, auch am nächsten Jahr und vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren. Oder vielleicht sogar 20 Jahren. Und dann ist die Frage, ob du das, wofür du angeblich bezahlt hast, einen niedrigen Preis, weil du dachtest, du hast Wert bekommen, auch noch wirklich das ist, was wert ist. Denn in der Dotcom-Bubble, da gab es Werte, die sieben großen Werte, die alle mit einem Geschäftsmodell zu tun hatten, was sehr, sehr erfolgreich war, nämlich dem Internet. Also die Idee der Anleger war vollkommen richtig, zu sagen, das Internet, das wird eine gute Sache, wird sich durchsetzen, wird funktionieren. Nur schaut mal bitte, was für Werte waren da Highflyer? Ja, Microsoft habe ich gerade schon genannt. Dann war zum Beispiel so eine Cisco, Lucent, Nortel, das sind Werte, die haben teilweise mit der Struktur des Internets zu tun, mit der Hardware-Struktur, so wie Nvidia, wie man jetzt sagt, naja, die liefern ja sozusagen das, was die KI braucht heutzutage, nämlich Chips und damals eben Netzwerke. So, eine Cisco hat ein KGV von 100. Ja, 100, also das 100-fache der Gewinne. Diese Aktie, die ist nie wieder dahin gekommen, obwohl ihr Geschäftsmodell erfolgreich war. Aber es gab eben Wettbewerber, die haben Marktanteile abgenommen. Die Welt dreht sich und es gab dann irgendwann neue Geschäftsmodelle mit neuen Ideen. Und so wird das immer wieder sein. Und deswegen ist es eigentlich eine total blödsinnige Überlegung zu sagen, ja, ich schaue, was für ein Wert steckt dahinter. Nein, du musst schauen, was für ein Preis. Weil, guck mal, Wert, was ist wert? Dieser 10-Euro-Schein ist deshalb 10 Euro wert aus einem einzigen Grund. Weil wir ihm den Wert 10 Euro beimessen. Ja, also wir Menschen geben Dingen Wert. Und das ist an der Börse jeden Tag so. Also Menschen kommen zusammen, vereinbaren einen Preis und das gibt den Dingen einen Wert. An sich, per se, hat nichts einen Wert, sondern immer das erst, was wir Menschen denen geben. Und dann ist dieser Wert natürlich immer in einem gewissen Kontext da. Ja, also wenn es die EZB mal nicht mehr gibt, wenn es den Euro mal nicht mehr gibt, dann ist dieser Schein nur noch Papier wert. Also, und dieser Kontext verändert sich ja ständig. Und diese Veränderungen sind ganz normal. Ja, außer der Microsoft gibt es keinen der Werte mehr, die jetzt noch in den Top 10 dabei sind. Und die Microsoft damals war mit einem KGV von 3 gehandelt. Also Kursgewinnverhältnis ist jetzt mit einem KGV von 27 gehandelt. Wir haben damals Tech-Werte gehabt, die die Börse dominiert haben, wie heute. Damals war die Marktkapitalisierung ungefähr ein Fünftel, 19 Prozent. Heute sind wir bei 30 Prozent. Ja, wir sind in einer anderen Welt und mit einer anderen Dynamik unterwegs. Und die Frage, die du dir eben nicht stellen darfst, ist, ob wir in einer Blase sind oder wie weit diese Blase geht oder ob die Werte teuer sind. Du musst dir die Frage stellen, letztendlich, wie kannst du davon profitieren. Und natürlich ist eine der typischen wirtschaftswissenschaftlichen Erklärungen und eine der nachvollziehbaren Erklärungen, die ja jede Osse und jede Blase erklärt, diese Greater Fool-Hypothese. Das heißt, Greater Fool steht im Englischen für den größten Narren. Und das heißt einfach, dass ein Spekulant oder ein Investor, der wissentlich einen höheren Wert als den inneren Wert bezahlt, da würde man ja wieder voraussetzen, dass er das überhaupt weiß, aber es ist jetzt erstmal egal, dass der einfach nur hofft, einen noch größeren Narren zu finden, der zum höheren Wert bzw. Preis ihm die Aktie dann wieder abnimmt. Diese Theorie ist selbst erklärend, logischerweise, aber setzt eben voraus, dass Investoren tatsächlich wissen, was wert ist. Aber ich sage, wir Menschen, wir geben den Dingen einen Wert und damit einen Preis. Und dieser Preis, der wird an der Börse bezahlt. Und natürlich ändern sich diese Preise. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jede Rallye ernährt sich selbst, aus sich selbst. Wenn die Kurse steigen, sind natürlich höhere Preise sichtbar, was neue Marktteilnehmer anzieht. Die strömen natürlich auch in den Markt hinein, weil sie auch von dieser Preisbewegung profitieren wollen. Und natürlich kommt irgendwann der Moment, wo sich das Ganze umkehrt. Und jetzt kommen wir zu der Lektion, die man aus jeder Börsenblase lernen konnte. Also erstmal Nummer eins, jede Börsenblase, die ihr platzt irgendwann. Und alle zehn Jahre haben wir eigentlich so ein Ereignis, wo wir eine deutliche Korrektur an den Märkten gesehen haben. Also es ist das Normalste der Welt und deswegen geht die Börse nicht unter. Und es ist auch nicht gefährlich, an der Börse zu sein, weil ein Crash passieren kann. Es ist gefährlich, nicht an der Börse zu sein, weil wenn du nicht an der Börse bist, dann kannst du sicher sein, dass dein Geld weniger wert wird. Warum? Naja, weil wir eine stetige Inflation haben und die Kaufkraft deines Geldes wird schwinden, logischerweise. Die Preise an der Börse, die schwanken, richtig. Aber du musst eben wissen, wie du diese Schwankungen ausnutzen kannst. Und du musst natürlich wissen, wenn du an der Börse bist, und das ist das Geheimnis, das ist das Geheimnis von den erfolgreichen Investoren wie den erfolgreichen Tradern, dass sie eben nicht nur eine Idee haben, welche Werte könnten vielleicht laufen. Das ist eine Idee, das weiß niemand. Das weiß auch Warren Buffett nicht. Und Warren Buffett macht auch nicht nur Gewinne, sondern die Grundidee, und das ist das Erfolgsrezept, ist, dass sie eine Vorstellung haben, wann sie aussteigen. Das ist viel, viel wichtiger als zu wissen, wann steige ich ein. Das ist sozusagen der Kernpunkt. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Dotcom-Blase. Im Jahr 2000, 1999-2000, da hatten Investoren am neuen Markt die Idee hier in Deutschland, Mensch, ich habe eine Aktie, wo ich glaube, dass die in ihrem Wert steigt. Und sie kauften zum Beispiel einen Wert für 10 Euro, und dieser Wert hat sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und verzehnfacht. Und dass sie überhaupt diesen Wert noch in ihrem Depot hatten, als sie sich verzehnfacht hatten und nicht irgendwie bei der Verdopplung gesagt haben, oh, das reicht mehr, lag natürlich daran, dass sie überzeugt waren, dass sie einen tollen Wert hatten. Und sie haben sich natürlich gefreut, dass sie diese Aktien in ihrem Depot hatten. Das Einzige, was sie nicht hatten, war eine Ausstiegsstrategie, weil sie sich nie Gedanken gemacht haben, wann steige ich aus. So, und irgendwann kommt dieser Kurs von der 100 Mal zurück auf die 80 oder 70. Und in dem Moment, in dem Moment, bekommen sie eine Idee, wo sie gerne rausgehen wollen. Weil jetzt haben sie einen Preis geankert, nämlich den Höchstkurs. Und sie sagen sich, okay, da würde ich gerne rausgehen, wenn die Aktie nochmal zu 100 geht. Dummerweise tut das die Aktie nicht, sondern sie fällt auf 50. Und irgendwann bist du vielleicht auch bereit, bei 80 zu verkaufen, aber auch das passiert nicht und die Aktie fällt auf 20. Und irgendwann würdest du gerne bei 50 verkaufen, aber auch das passiert nicht und die Aktie fällt auf 10. Und die Preise gehen also zurück. Und diese ganze Aufwärtsbewegung, die die Menschen reich gemacht hat, macht sie auch wieder arm, weil sie keine Idee hatten, wann gehst du wieder raus. Und das ist das Problem, dass Menschen, wenn es im Gewinnfall ist, dass sie da risikoavers sind. Also da sind sie schnell, dass sie ihren Gewinn mitnehmen. Aber im Verlustfall, und der kommt dann ja in diesem Fall vielleicht auch nur gedacht, weil sie hoffen, dass der Preis nochmal an die Spitze geht. Weil sie einen geankerten Preis haben, da sind sie dann risikofreudig und dann warten sie und warten sie und irgendwann haben sie einfach zu lange gewartet. Und die Moral von der Geschichte ist eine ganz einfache. Es ist unerheblich, ob du in einer Blase bist oder nicht. Es geht darum, wie handelst du die Bewegung. Egal, ob das eine Coca-Cola ist oder eine Nvidia. Natürlich sind das unterschiedliche Aktien, natürlich bewegen die sich unterschiedlich stark. Das ist wie beim Surfen. Das eine ist eine große Welle, das andere ist eine kleine Welle. Aber du musst dir im Prinzip darüber klar sein. Hast du eine Exit-Strategie? Weißt du, wann du diesen Wert kickst? Wann du den rausschmeißt? Wenn du es nicht weißt, dann hast du vielleicht einen Highflyer in deinem Depot, der später eine Depotleiche wird. Und über diesen Punkt musst du dir mehr Gedanken machen, als über den Punkt, welche Aktie soll ich kaufen? Wo soll ich einsteigen? Wann soll ich einsteigen? Das ist ein Punkt, der dir nicht weiterhilft. Wenn du einsteigst, wird mit Glück der Wert vielleicht nach oben gehen. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du nicht weißt, wo du aussteigst, geht früher alles irgendwann auch mal wieder runter. Und dann weißt du eben nicht, wo du raus sein musst. Und das sind die Hausaufgaben, die du machen musst als Trader, aber auch als Investor. Also, denk immer bitte dran, es gibt keinen Wert, es gibt nur einen Preis. Denn letztendlich musst du, wenn du etwas verkaufst, etwas zu einem Preis verkaufen und nicht zu dem Wert. Weil wenn es möglich ist, dass du einkaufst unter dem Wert, kann es auch sein, dass du unter dem Wert wieder verkaufst. Und es reicht eben nicht zu warten bis an einen bestimmten Zeitpunkt. Und deshalb mach dir Gedanken mehr über deine Exit-Strategie. Mach dir Gedanken, wie finde ich eine Exit-Strategie? Was sind vernünftige Exit-Strategien? Als dir darüber Gedanken zu machen, sind wir in einer Blase? Ja, weil die letzten 20 bis 30 Prozent einer Blase, das sind die verrücktesten. Also da geht die Börse so richtig, richtig durch die Decke. Das war im Jahr 1999 so, das war 1989 so, das war bei ganz vielen Blasen, die wir vorher schon gesehen haben. Und es ist ja nicht so, dass eine Blase von jetzt auf gleich platzt. Spekulationsblasen, die entstehen ja nicht aufgrund eines plötzlichen Ereignisses, was dann plötzlich verschwindet, sondern es handelt sich um Verkettung von verschiedenen Sachverhalten, die in der Regel dann zu kurzfristigen und langfristigen Übertreibungen führen und natürlich auch Einfluss auf die Wirtschaftsaktivität haben. Und wenn etwas entsteht, braucht es immer einen längerfristigen, sagen wir mal Zinseszinseffekt. Also ein Wachstum verläuft normalerweise nicht linear, sondern am Anfang langsam, dann explodiert es. Aber irgendwann wird nichts auf der Welt exponentiell ohne Ende wachsen. Irgendwo ist eine natürliche Grenze des Wachstums da. Das findest du überall, schau in der Natur. Bäume werden nicht riesengroß, Menschen haben nur eine gewisse Größe. Wenn eine gewisse Größe überschritten wird, dann bist du zu groß. Also nehmen wir mal an einen Baum, der kann groß werden, aber wenn er zu groß wird, dann ist er dem Sturm ausgesetzt und fällt dann auch leichter wieder. Also alles steht in einem vernünftigen Verhältnis, aber du musst eben diese Verhältnisse erkennen, die vernünftig sind. Und jetzt kommt eben der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn eine Blase platzt, dann passiert das auch nicht jetzt, mit einem Fingerschnips, sondern die Luft geht aus der Blase raus und es gibt dann natürlich Kursrückgänge. Und natürlich verkaufst du nicht am Top. Also das macht vielleicht einer von 10.000 Investoren oder von 100.000, der das Top erwischt. Aber es reicht doch, wenn du nach dem Top eine Strategie hast, auszusteigen. So kannst du die Bewegung hin zum Top traden, weil das sind einfach die interessantesten und besten Bewegungen meiner Erfahrung nach. Und ja, das war mein Tipp heute für euch. Finde eine gute Ausstiegsstrategie. Erwarte nicht, dass du zum Höchstkurs aussteigst und lass es dir vom Markt zeigen, wenn die Blase, sofern es überhaupt eine ist, platzt. Denn Menschen geben den Dingen einen Wert und es gibt keinen Wert an sich. Und dieser Wert, den wir den Dingen geben, der heißt Preis. Und das ist der Preis, den du an der Börse bekommst. Jede Sekunde einen anderen, jeden Tag einen anderen. Ich wünsche dir viel Spaß, wünsche dir viel Erfolg. Dein Birger Bye Bye. Dein Birger Bye.